Junge, dieses Schloss macht mich wahnsinnig. Alter, schnell, Junge. So eine Scheiße, Junge. Meine Fresse, nochmal. Oh, da wäre ich wahnsinnig. Oh. Hallihallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Folge. Auch wenn ich ursprünglich dieses Auto hier auf die Bühne fahren wollte und das Zündschloss jetzt endgültig den Hupe hochgemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht, das drehte sich innen drin irgendwie mit und Zeug. Gut, begrüße ich euch recht herzlich zu dieser wunderschönen Folge, auch wenn wir bis hierhin nicht gefahren sind. Prinzipiell läuft das Auto natürlich, aber wenn das Zündschloss nicht, dann halt blöd. Und ich muss euch sagen, das ist der erste Teil, denke ich mal, einer sehr besonderen Reihe für mich. Wie ihr sicherlich wisst, wollte ich schon immer mal zwei Zylinder mit Leistung fahren. Und da ist das natürlich immer so eine Sache bei diesen Geschichten, weil am Ende ist es wie bei jedem Simmelmotor, der jetzt bei Ebay gibt. Und da steht, entweder bis zum Schluss sie laufen oder gerade frisch regeneriert, alle Dichtungen und Lager neu. Und meistens ist es dann nicht so. Also habe ich immer abgesehen davon, irgendwo so Zeug zu kaufen. Und wie es Mutter Teresa so will, bin ich einer einen jungen, netten, dynamischen Herrn geraten. Steffen, beste Grüße an dieser Stelle. Der war Bandumbau machen möchte und wir quasi durch die Teile, die ich so verkaufe, bis ich ins Gespräch gekommen bin. Und der zufällig ein 40 PS Zwei-Zylinder-Motor hat. Und den selbstverständlich loswerden wollte. Und den nicht an irgendjemand, weil ich mir Kleinanzeichen verkaufen wollte, sondern sagte, Mensch Thomas, hast du da nicht Bock drauf? Und da habe ich gesagt, Steffen, wir haben ein Match. Und deswegen begrüßen Sie mit mir meinen Roundabout 40 PS Zwei-Zylinder-Zwei-Takt-Motor-Trabant-601. Und wenn ich euch das gerade erzähle, kriege ich Gänsehaut, weil ich mich auf diese Geschichte unglaublich freue. Wie gesagt, wir hatten das Thema ja schon mal. Also ich habe es in irgendwelchen Videos irgendwo auch schon immer mal erwähnt, dass das schon immer mal so ein Ding war, wo ich sage, ja, das könnte man schon mal so machen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Und ich freue mich wie ein Schnitzel. Ja, ich weiß natürlich, dass diese Geschichte für jemanden wie mich, der keine Ahnung von der Geschichte hat, also noch nie sowas in der Hand hatte. Und das vermeintliche Wissen, was ich habe, aus meinen Erfahrungen von den Moped-Zeiten und dem bisschen, was ich ja so mit Reso und offener Luftfilter beim Wartbruch gemacht habe, nehme. Und das sicherlich eine Geschichte wird, die so ganz einfach und schnell fix, wie ich mir das wahrscheinlich vorstelle, nicht funktionieren wird. Obwohl der Motor zum Ausbau lief. Also wie gesagt, ich habe auch ein Video gekriegt und so. Das Ding hat schon Qualm. Trotzdem sagt er mir, der Steffen, das Ding lief aus seiner Sicht noch ein bisschen fett, musste noch ein bisschen abgestimmt werden. Da war so ein Mikuni-Rundschiebervergaser dazu. Den habe ich mir schon quasi abgewöhnt und bei unseren Freunden von Osblock Performance Barts einen neuen Mikuni-Flachschieber vergaser geordert, um hier quasi das Bestmögliche aus der Geschichte rauszuholen. Wir gucken uns die ganze Geschichte gleich nochmal im Detail an. Ich wünsche uns für diese Reihe alles erdenklich Gute, viel Schaffenskraft und vor allem Nerven wie Drahtseile. Denn wie gesagt, ihr wisst ja wie das ist, wenn es nicht immer gleich so funktioniert wie es soll, könnte das schwierig werden bei mir. Aber ich bin motiviert, das da hauptsache und ich freue mich riesig auf dieses Ding. Ja, wir gucken uns das Ding mal genau an. Ja, hier ist wie gesagt dieser 34-Mikuni. Das sieht aus wie, wie gesagt, der alter Moped- oder MZ-Vorjahrser. Wie gesagt, da gibt es ja heute auch schon etwas dynamischere Vergaser-Typen. Deswegen mit Powerjet-Düse muss ich auch erst mal lernen, womit es da oder was es da mit Aufsicht hat. Das habe ich auf jeden Fall bestellt. Also Mikuni-Flachschieber 34mm mit Powerjet-Düse. Das soll quasi dafür da sein, dass der im Volllastbereich quasi nochmal zusätzlich eine Düse hat, um das Misch ein bisschen mehr anzufetten, quasi damit es nicht zu mara wird. Und das klang erstmal für mich ganz logisch und auch gut. Ja, gerade weil ich ja die Geschichten hier so aus dem Wortburg kenne. Ich sage jetzt einfach mal so, Mikuni ist das Maß der Dinge. Auch das habe ich mir sagen lassen oder habe mich auch im Internet belesen. Das ist ja viele Sachen hier, PWK, Oko, Polini, was weiß ich was. Aber Mikuni wohl die Geschichte ist, die durchweg gleichbleibende Qualität hat. Ansonsten habe ich eine Zündung dazu gekriegt. Das ist mehr oder weniger eine umgebaute originale Zündung, also eine umgebaute Original-Elektronik. Aber eben wie gesagt mit dem neuen Steuerteil, auch hier, das ist mit Kennlinienverstellung, die Geschichte, habe ich schon mal gesehen. Das ist quasi dasselbe, was es bei mir gibt, bloß halt mit externer Regelung. Zumindest diese Platine, die da drauf ist, der Geber unten, also die Hallsensoren quasi, müssten die sein, die es bei mir quasi auch gibt. Ein paar Düsen zur Abstimmung, entsprechenden Schockbautenzug, also oder so ein Schockhebel quasi. Der, wie gesagt, Vergaser selber, Vorschaltdämpfer. Finde ich halt auch ganz neckisch gemacht, weil quasi klassisch hier mit diesem Flexrohr, Halterung am Getriebe schon dran und Abgang 45 Millimeter und entsprechend nach, ich sage jetzt mal, dieser Sachsenring-Umbau-Vorschrift angefertigt. Ist auch ein Mantel ringsrum, also doppelwandig. Der ist wohl nicht so laut, müssen wir mal sehen, wie laut und ob uns das ausreicht. Ich befürchte nicht, aber egal. Erstmal um das ganze Thema hier dran zu kriegen. Beim Vorschaller werden wir schon ein Problem kriegen leider. Und zwar, ich meine, das ist zwar ja schön über der Antriebswelle lang und so weiter. Die Idee ist gut und auch nicht schlecht gemacht. Allerdings haben wir wahrscheinlich eben das Problem, wir kommen ja mit 45 Millimetern hier raus. Das Rohr, was ich im Rahmen eingeschweißt habe, hat aber keinen Innendurchmesser von Bahn 40, sondern eben für die 35 Millimeter Originalvariante vom Trabant. Und das ist dann wahrscheinlich ein kleines Kunststück, die Verbindung so hinzukriegen, dass wir am Ende auch auf 45 Millimeter bleiben können, beziehungsweise weiter durch sie weit gehen können. Trommel-Würbel! So, und das ist er jetzt hier, der Kollege Schnurschuh. Das ist der Motor. Wie gesagt, ich sage jetzt einfach mal, verkauft wurde er mir als Zyprian-Motor. Ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand dieser Name was sagt. Es gibt ja jetzt nicht so viele Tuner im Zweizylinder-Bereich, dessen Namen man da verwenden kann. Zyprian gehört auf jeden Fall dazu. Verstärkte Kupplung mit entsprechend passenden Automaten dazu. Krümmer bearbeitet ohne Heizung. Alle, sage ich jetzt mal, Abgänge, für das die Bläse entsprechend entfernt. Wie gesagt, Krümmer bearbeitet. Ist auch wohl die ältere Version oder was. Also ich schwarze da jetzt auch viel nur nach, was mir so erzählt wurde. 34er Einlass. Hier auch schon schön dieses Anlüfterrad quasi dran neu gelagert. Was ja auch nicht so ganz wenig wert ist, ist dieser umgebaute doppelte Luftfilter hier. Ja, mit entsprechender Anbindung hier an dem Mikuni. Müssen wir mal sehen, wie und ob das alles so hier passt. Diese Abzündung ist drin, fertig eingestellt und so weiter. Aber also ich denke und hoffe auch mal, dass es Schlimmere aus ganz Geschichten hier gibt. Und bin echt mal gespannt. Schwungscheibe ist abgedreht. Das sieht man so ein ganz kleines bisschen. Also quasi, ich denke jetzt mal erleichtert, wie auch immer. Ja, und das ist ja so das Thema. Wenn jemand ins Internet schreiben würde, ich habe hier so Zyprian Motor mit Zinkurven. Weiß ich nicht, ob ich dem das immer so glauben würde. Thema Ebay-Verkäufe und so weiter, hat man ja vorhin anfangs das Thema. Aber Steffen glaube ich das. Und der war auch bei dem älteren Herrn zu Hause. Hat das Ding quasi dort auch abgeholt. Hat mit dem geschwatzt und so weiter. Und ich nehme das einfach so hin. Ich sage euch das, wie es ist. Ob das so stimmt, werden wir rausfinden. Aber ich gehe zu 99,9% aus, dass das so ist. Wie gesagt, warum habe ich immer von 40 PS gesprochen. Wir haben hier 38, schlag mich tot. Mit dem Vergaser, mit einer relativ wackeligen Kurve. Als Protokoll mit dabei. Und das geilste dabei. Auch dieser Motor in seiner Ausbaustufe und Kennzeichnung. Habe ich eine Eintragungskopie dazu gekriegt. Selbst der Vorschalldämpfer und so weiter. Ist von der Dekra gestempelt. Ich hoffe also, dass wir das ganze Thema hier auch, ich sage jetzt mal, legal in diesem Waren hier eingebaut kriegen. Und deswegen freue ich mich da quasi besonders drauf. Wie gesagt, mich nervt gerade das Thema mit dem Zündschloss extrem. Weil wir das ja wie gesagt erst auseinander hatten. Und jetzt aber halt endgültig sein Geist aufgegeben hat. Das müssen wir auf jeden Fall noch fixen. Aber erstmal fliegt der Motor raus. Und da kommt der Neujahr erstmal rein. Und dann werden wir weiter sehen. Und sollte sich jetzt jemand die Frage stellen. Warum mache ich das? Ich kann es euch nicht sagen. Weil ich einfach behindert bin. Macht das Sinn? Bestimmt nicht. Sollte man das, was funktioniert, rausbauen? Normalerweise nicht. Machen wir es trotzdem? Natürlich machen wir es trotzdem. Ich habe mir auch schwerwiegen vorgenommen, die ganze Geschichte hier so komplett wie möglich rauszubauen. Ganz einfach aus dem bescheidenen Grund, dass der Motor so wie er ist, hier in die Ecke gestellt werden kann. Damit für das nächste, für den nächsten Kandidaten, für die nächste Geschichte hier, wir das ganze Thema, sollten wir es mal brauchen, einfach wieder aus dem Regal zaubern. Und entsprechend dort einbauen können. Hin und wieder kriegen wir ja doch mal ein Trabi. Und dann braucht der natürlich manchmal auch einen neuen Motor oder was. Und ich meine, verrauschend war die Klangkulisse dieses Motors jetzt zum Ende hin selbstverständlich nicht mehr. Das weiß ich auch. Aber, wie soll ich euch sagen? Na und? Ich finde ja, während ich hier ausbaue und damit ihr nicht so lange Zeitraffer gucken müsst, könnten wir eigentlich nochmal eine Hommage an diesen Motor machen. Also, ich sage mal, von festgerammelt, zum Leben erweckt, bis an Gardasee und zurück, hier in Deutschland quasi. Dann eine ganze Zeit lang mein absoluter Daily gewesen, jeden Tag auf Arbeit gefahren damit. Lasst uns den Motor dahin noch mal huldigen und die schönsten Momente mit ihm nochmal anfangen. Wir können den schon ein bisschen hin und her drehen. Ich sehe auch, ach guckt, ha ha, ha ha, ha ha. Da rechts im Zylinder siehst du schon, wie das Öl rauskommt. Ich weiß noch nicht, ob er läuft, ja, das will ich jetzt, will ja noch nicht zu euphorisch sein, obwohl ich das immer gerne bin. Aber, ab da was mitgekriegt, ja, mit ein bisschen Geduld und Spucke dreht er sich jetzt zumindest schon mal. Wahrscheinlich vom Rostlöser, den ich reingespült habe. What am I supposed to do? I'm lonely here without you All these days are passing by Standing out of you, living your life I'm broken here alone Where did I go wrong? I'm living my whole whole life I'm living my whole whole life So cool So cool Bis zum nächsten Mal. 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 Aber auf jeden Fall will ich euch sagen. Ich bin schon sehr, 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 sehr aufgeregt. Und ich freue mich einfach riesig drauf. Ich möchte sie an dieser Stelle noch einmal in die schwerwiegenden Probleme des Auspuffbaus mitnehmen. Als ich das Auto gebaut hatte, habe ich das Loch durchgezogen. Da sieht man es natürlich so gebohrt, dass der originale Rohrdurchmesser von 35 mm da saugend durchgeht. Die neue Abgasanlage muss 45 mm haben, weil der ja ein bisschen mehr Qualm hat. Und nun ist das schwerwiegende Problem, dass mein Flexrohr, was ich habe, für den Wartburg, 45 mm, oder auf das 45 mm Rohr passt eigentlich. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, nicht hier durchpasst. So, jetzt hätte man kein Mathe-Genie, wie ich sein brauche, um das zu wissen, dass das vielleicht nicht passt. Aber meine Idee jetzt, eine kleine Unterbotenheizung oder eine Fußbotenheizung zu machen und das Rohr hier quasi außen drüber zu gehen. Also, als wäre das Rohr, was hier durchgeht, mein Auspuffrohr, dass die Abgase richtig hier durchflattern. So, naja, blöd, ja. Zum einen, weil ich es natürlich sauber und ordentlich vernünftig kurz abgeschnitten habe. Sowohl auf der Seite, als natürlich selbstredend auch auf der. Also hier ist es ja noch schlimmer quasi, ja. Hier das ganze Thema auch irgendwie anzuflanschen. Kannst du vergessen? Und nun habe ich tatsächlich hin und her überlegt, wie ich das ganze Thema jetzt löse, weil ich habe echt keinen Bock, den Tunnel da nochmal rauszuschneiden. Warum? Ihr seht das vielleicht auch schon an meiner Stirn. Ich schwitze wie die Sau. Das alte Flexrohr wieder abzumachen, das ist alles so schön straff und hält so schön fest. Das ist eine schöne Kläge. Und das dann da noch rauszubohren und neu einzuschweißen, weil wenn ich was einschweiße, der Hinterhofbrutzler, der macht ja keine Feinnähte, der macht ja richtig, ja, wie mit Elektrodenähte. Und deswegen war das quasi jetzt ein bisschen blöd. Insofern, als dass ich jetzt nicht so richtig wusste, wie soll ich das Auspuffrohr verlegen. Aber zum Glück hat die Konkurrenz auch mal was Gutes, denn ich habe hier so ein fertiges 45mm Rohr für den Trabant. Wie gesagt, mit Endschalldämpfer, was du ja brauchst. Und das Rohr passt saugend hier rein. Fette, ja. Also machen wir das so, da schneiden wir das einen Wheel zurecht und werden das dann mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Verbindungsstück dann zu dem umgebauten Vorschalldämpfer noch verbinden. Und dann ist eigentlich das schwerwiegendste Problem an der Geschichte hier, zumindest was die Verlegung anbelangt, erstmal erledigt. Wie gesagt, nur nochmal fürs Protokoll, den Vergaser, den wir jetzt erstmal dran bauen, das wird nicht der sein, der es final wird. Der Motor soll ja mit diesem Vergaser, der da ist, laufen. Deswegen probieren wir das erstmal und bauen dann lieber den Vergaser nochmal um, wenn es denn dann soweit ist und der Flachschiebe, zu liegend Flachschiebe, dann da ist. So, verkelege ich nur schön, nur das Beste. Ordentliche Lichtmaschine, Anlasser sowieso. Und nochmal alles einmal sauber gemacht. Es ist wirklich krass, was sich nach so ein paar tausend Kilometern hier tatsächlich schon angesammelt hat. Und ich glaube, wenn man das eben dann genau 100 Jahre einwirken lässt, dann sehen die Autos am Ende so aus, wie sie immer aussehen. Aber wenn du hier wirklich mal einmal kurz mit zwei Flaschen Bremsen rein, hier alles schön abstriezt, dann sieht es halt auch wieder halbwegs vernünftig aus. Ja, also zumindest so, wie wir mal reingebaut haben damals, also über das Getriebe. Und dann, ja, genau. Jetzt wäre ich mich mal an der ganzen Vorschalldämpfer-Sache versuchen. Mal gucken. Ansonsten ist soweit alles drauf. Wie gesagt, noch einen neuen Riemen dran gemacht. Wenn da immer alles abhast, kommen wir nochmal nachgezogen. Der war ein bisschen locker. Na ja, gucken wir mal, wie es weitergeht und so weiter. Und ich habe mich schon gewundert, warum da so langer Riemen dran war. Scheimkleister. Deswegen, das kann man dann wohl so wahrscheinlich nicht lassen. Nicht wahrscheinlich, das kann man so definitiv nicht lassen. Ich muss jetzt tatsächlich da mal noch abwarten, bis der neue Vorschalldämpfer kommt, ob das in irgendeiner Form anderweitig quasi zu machen ist. Also, weil der dann vielleicht, oder auch nicht, eben eine andere Form hat, muss ich gucken. Auf jeden Fall, so wird es nicht. Ja, ich habe jetzt mal hier vom Chinchinsu Zeitziki noch mal ein paar Lichtmaschinen geholt. Also, aus dem Lava. So sieht das übrigens aus, wenn man Lichtmaschinen probiert an Autos und so weiter. Da habe ich aber heute irgendwie keinen Bock mehr drauf, hier die nochmal zu prüfen, weil ich habe alle so schön in hier dran gemacht und abgemacht. Also, das ist quasi hier die 55 Ampere Lichtmaschine. Die ist ja müh schmaler als die 90 Ampere. Könnte wahrscheinlich am ehesten passen, aber da, wie gesagt, muss ich erst mal gucken. Ich denke mal, wie gesagt, ich beschäftige mich erst noch mal ein bisschen mit dem Auspuff, bevor wir uns hier weiter den Kopf zerbrechen. Das hat verhältnismäßig gut geklappt, erst mal. Also, ja, c'est ça, Monsieur. Hier oben wird da nochmal am Getriebe abgefangen, denn hier über die Getriebewelle, Antriebswelle. So, ja, und dann kommen wir jetzt irgendwo dort halt raus und müssen da rein. Also, vielleicht müssen wir es noch ein bisschen, weiß nicht, aber wir haben ja hier, ach, man sieht es so schlecht. Wir haben ja hier theoretisch Platz, also so ist es ja nicht. Ja, dass das hier irgendwie dann da unten, up, 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 da durchpasst. Was ist jetzt meine Idee? So, ist das ja Originale. Ich möchte mir jetzt gerne dieses Verbindungsstück, was super auf den Ausgang des Vorschauldämpfers passt, zunutze machen. Und hier ansetzen. Sussern. Und dann quasi direkt da durchwamsen. Aber der Winkel passt noch nicht so ganz. So, jetzt muss ich mal kurz meine Gehirnzehen, die ich noch habe, ein bisschen anstrengen, um zu überlegen, wie ich den Winkel richtigerweise hier rauskriege. Erstmal nehmen wir einen Stift. So ist der Plan, ja. Von da kommt es. Und, äh, huch, da soll es rein. Und der Winkel passt nicht. Deswegen, ja, probieren wir das so. Genau, was ich meine, oder was? Über. So, wenn es jetzt noch Schweißbohrne wird, dann haben wir es. Also, wie gesagt, manche Sachen klappen ja manchmal gar nicht und manchmal echt gut. So, ich habe für heute zusammengepackt. Also, nur für mich. Und mache dann, mal sehen wir morgen weiter vielleicht. Manchmal muss eben so ein bisschen einen Tag vorgehen. Da ist es besser, man hört lieber auf. Weil, erst mal haben wir hier ein wunderschönes neues Licht. Und zum anderen kommt ein Tag da noch die ein oder andere Idee. Was ich euch sagen kann, Chinchitzu, Chinchilla, hier, Lichtmaschine, passt nicht. Vorn und hinten nicht, überhaupt nicht, 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 nicht. So, ich habe aber jetzt eine drinne, wie unschwerer zur Erkenntnis. Und, was noch unschwerer zur Erkenntnis, äh, es passt. Der Zölligen, Vergorzer, kriege ich das hier drauf, jawohl. Der Zöllige ist dran und, wie gesagt, ich muss ja noch ein Stückchen spannen. Ist eine enge Geschichte, aber, äh, es passt. Ja, so. Also, eng ist ja an sich immer so eine schöne Sache. Also, von daher haben wir jetzt mal auf die Schnelle hier noch eine Lichtmaschine umgebaut. Das ist die mit den 60 Ampere oder 55 Ampere Stunden. Äh, also die etwas kleinere. Die ist auch etwas kompakter, viel nicht, wie ihr gesehen habt, aber den entscheidenden Zentimeter ähnt. Und von daher passt das. Jetzt habe ich noch ein Problem gehabt, das zeige ich euch kurz. Naja, das lässt sich relativ schwierig zeigen. Auf jeden Fall, der Spanner war jenseits von Jut und Böse. Also, hier vorne müssen wir hin. Sieht man das? Hier vorne müssen wir hin. Hier hinten sind wir. Ja, doof. Also, nochmal ins MC Lager gegangen. Den Lichtmaschinen-Spanner hatte ich dazu. Der ist aber so kurz und, oh, plötzlich tauchte der ja auf. Ich glaube, der ist vom Wartburg. Der passt entsprechend. Da haben wir noch ohne viel Platz zum Spannen. 1A, der fliegt jetzt dran. Und, äh, dann haben wir das Problem quasi auch geklärt. Und, dann steht der ganze Geschichte, so von der Sache her, erstmal nichts weiter im Weg. Ihr seht also, also, aber das ist ja das, was die ganze Geschichte hier so ein bisschen auch schön macht, finde ich. Also, Fluch und Sägen zugleich. So, mal eben schnell so Dinge einschmeißen und machen und tun ist nicht. Ein bisschen gefriebenle ist es tatsächlich. Aber, wie gesagt, das wussten wir ja. Ich will mich da auch nicht beschweren. Ich will euch nur sagen, sowas macht mir Spaß. Ich habe beim Schneiden das Video schon gesehen. Wir haben echt viel Zeit mit dieser ganzen Geschichte schon verbracht. Wir stehen jetzt mehr oder weniger vor der Verendung. Feuer ist drin, Bautenzüge sind dran, Luftfilter ist dran. Ich verkable jetzt noch die Zündung, baue den Rest vom Auspuff noch zu Ende. Wie wir das final quasi gelöst haben. Das sehen wir dann auch im nächsten Video. Ich bedanke mich für's Zuschauen, wie immer. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso gespannt wie ich. Falls ja, schaltet gerne wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt, eine neue Folge von Thomas Iver Garage. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ciao. Musik 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 Musik